Ihr sollt eine Hausaufgabe bei MEBIS abgeben und da braucht ihr die Moodle App. Moodle ist nämlich die Software und MEBIS ist unser Bayern-Ding und wenn ihr bei der Moodle App reinklickt, fragt ihr nach eurer Webseite und das ist diese Adresse. Lernplattform.mebes.bayern.de hier reingehen und drin dann auf anmelden, dann die Bayern Cloud Schule Anmeldedaten auf anmelden, beim ersten Mal die Nutzungsbedingungen weit, weit nach unten scrollen, weit und dann annehmen. Und hier sind dann die MEBIS Kurse, in denen ihr Mitglied seid. Ich würde an eurer Stelle hier draufklicken und letzter Zugriff anklicken, dann sind die wichtigen immer oben, dort wo sich was tut. Jetzt seid ihr also in einem Astro-Kurs. Das hier ist ein Link, der geht irgendwo hin und da dieses Symbol. Da wird von euch erwartet, dass ihr irgendwas abgebt. Dieses Abgebesymbol. Wenn ihr draufklickt auf Abgabe hinzufügen. Hier der Status. Ihr habt noch nichts gemacht. Also auf Abgabe hinzufügen, Datei hinzufügen. Dann fragt ihr beim ersten Mal, dürft ihr, also darf die App zugreifen auf die Kamera? Ja, erlauben. Und dann könnt ihr zum Beispiel, also bei Nutzung der App erlauben, dann könnt ihr ein Foto hochladen, Datei hochladen und so weiter. Also wenn ihr das gemacht habt, auf... Also erstmal kann man hinzufügen, mehrere Sachen hochladen und dann nicht vergessen zu speichern. Dann fragt ihr sogar, sind Sie sicher? Ja, ich will es speichern. Und wenn alles geklappt hat, dann gibt es ein Erledigt. Dann der Status. Ja, es ist zur Bewertung abgegeben. Die Lehrkraft darf bewerten. Es ist noch nicht bewertet, gibt noch kein Feedback von der Lehrkraft und ich darf hier das noch bearbeiten, wenn ich noch irgendwas zusätzlich hochladen möchte, irgendwas löschen möchte. Ist alles noch möglich. So funktioniert die Abgabe.